Hallo Freunde des Glückskekses! Ich habe meinen eigenen Glückskeks gezogen und nun wette mir meine Zukunft prophezeien. So, mal sehen was da drin steht. Du wirst eines Tages ein erfolgreicher YouTuber. Bullshit! Diese Glückskekse lügen schon wieder. So eine Scheiße, ich bin schon ein erfolgreicher YouTuber. 290 Abonnenten hat nicht jeder. So ein Bullshit!